Und damit herzlich willkommen zurück bei Afrin Corps vs. Death and Reps. Aber ich mache jetzt die Headset leise, sonst verstehe ich nicht. Ja, Mission 3 machen wir jetzt. Da wieder, wer sich's durchlesen will. Ich muss halt schnell genug stoppen. Also ich nehme das alles an fast einen Tag auf. Also werde ich die Kommentare erst lange, lange danach erst lesen können. Also beziehungsweise Mission 2 heißt es ja, weil das eine ist keine richtige Mission, aber ich sag Mission 3. Okay. Machen wir einfach so. Okay. Wir werden... Oh. Jetzt mal kurz erinnern. Oh, keine Ahnung mehr. Keinen Plan. Keinen Plan. So. Nettes war's. Ne, das ist erst das Nächste. Oh, ich hab ein paar Mal dazu. Hm. Das sieht man jetzt hier schon überall die Dinger, wie viele Einsätze die gehabt haben. Das ist nichts eigentliches. Ich wollte irgendwie besser sagen. Ja, jetzt macht es zum Beispiel einen Schaden mehr als das normale. Dann nehmen wir mal wieder das. Zwei davon. Ein. Oh, okay. Hm, ich weiß nicht. Okay, was ist das? Ich weiß nicht, ob wir alles mit der Ausstellung schaffen. Oh. Okay. Let's begin. Italiener hier. Gestaltung. Uwe exercise. Ja, der Verd�� an alle italienischen Einheiten. So, also ich werde es wieder so für mich spielen. Viel kommen hier an. Ich glaube zum Beispiel hier, wo wir jetzt buchen sie sich ein und es gibt mir Schutz. Woher kommen wir jetzt? Diese Aufhänger hat man eigentlich nicht gebraucht. Da steht sie ab. Das ist eine große Abmeldung. Wir werden rüber, zusammen über den Heim. Deswegen den Aufklärungswagen, weil die haben nicht so viel Reichweite. Oder sie hätten zwar die, aber sie können nicht so weit gucken. Das heißt, die werden die nicht sehen. Aber die sind außer Reichweite. Wir zerstören die halt hier einfach. Jetzt haben sie ihn gesehen. So. Weil den will ich jetzt nicht mehr raus. Der ist auch schon mal der Beste. Der hat da keine Chance. Ich will jetzt aber, dass wir den Panzer haben. So. Jetzt müssen wir einsteigen. Der ist schlafen. Aber dann kann man auch mal getötet. Der ist einfach nur weg. Bakken wir jetzt. Der ist einfach nur weg. Wenn man zerstört wird, steigt die Atom ein, muss man mich aufpassen. ... ... ... ... ... So, ah, gut, wenn ich jetzt mal... ...schweigelnd. ...ein Fall. ...schweigelnd. Und die Fission die Entschuldigung ist anspruchsvoller. Gegen den Griff. Gegen die Meilen, dass es wieder besser geht. Gegen die Meilen. Gegen die Meilen. Ok. Guckt euch hier. Wo kommt der jetzt da? Aber unsere Versteckung ist auch da. Du, bitte das anhängen. Oh man, schon was geleuchtet. Äh, ausgetrickst hat er alles. So. 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 Du. Ja. Ja. Na. Ich will jetzt erstmal zurück sein. So. Du bist noch mal gut. Ich steig mal wieder aus. Wo steckst du denn dabei? Die sind gut. Der kommt ein bisschen gut. Der ist gut. So. Und da stecken mal wieder aus. Wo steckst du die einen? Und dann machen wir uns jetzt mal so. Das ist kein. Dann kann ich eigentlich den Abzug auf den Blöden verstellen. So, nochmal die Geschütz-Fürme nach vorne. Du fährst mal da hin, du rück da hin, du fährst mal mit anüber, du fährst mal mit anüber, du fährst mal mit anüber. So, was haben wir denn hier noch? Die hier. Die Blöden als Reserve. Hier hinten mal, das habe ich noch. Da hat ja noch einer Platz, dann schnell mal den da rein. So, mal eine Menge Karte angeschlagen. Oh, das ist halt, oh, das sieht bloß aus, was da ist. So, dann könnte... Oh, das ist gut. So, dann fahr mal da hin. Okay, machen wir ein bisschen drüben. Alright. Oh. Okay. Oh. Das meine ich. Warum kann der nicht einfach so fahren? Was ist das? So, das war amartig, das war. So, das war amartig, das war. So, das war ein Trailer. 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 Die stellen sich einfach mal hinterher so entschießen. Okay, wo fährt er jetzt hin? Dann nehmen wir die Panzer und stellen die mit dahinten irgendwo hin. Dann stellen wir ihn ja oben auf dem Berg. Dann stellen wir ihn ja oben auf dem Berg. Dann stellen wir ihn ja oben auf dem Berg. Kann man das noch sagen? Nein? Also, das macht es nicht besser, dass hier jetzt die ganze Zeit dieses Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin. Das war dann mal eine Panzer-Vinie. Das war dann mal eine Panzer-Vin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin. Das war dann mal eine Panzer-Vin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin-Pin. Schauen wir mal, das nimmt vielleicht einen Hintergrundspunkt. Das ist richtig so. Und die können draußen da... Na, komm, muss man hier schießen. Da steht nur unser Crusader, der...